Beim Kauf von Edelsteinen kommt immer wieder die Frage, warum soll ich in naturfärbige Edelsteine investieren, warum nicht in Edelsteine insgesamt? Ja, Sie haben recht. Inzwischen durch die Verknappung des Angebotes steigen auch nicht-naturfärbige Edelsteine, das heißt zum Beispiel gebrannte Rubine und Saphire, ebenfalls. Nur der Wertanstieg beim naturfärbigen Edelstein ist bei weitem höher als bei den gebrannten Varianten. Daher empfehlen wir noch immer, solange in ihrem Budget leistbar, naturfärbige Edelsteine zu kaufen.